Ja Leute, ich habe es die ganze Zeit, ich habe es über längere Zeit jetzt schon versprochen und jetzt möchte ich es endlich wahr machen, DJ Jonas YouTube hat mit uns mal, also wir haben Squats mit Auffüllen gespielt und dann kam ein Junge mit rein, DJ Jonas, wird auch mal seinen Kanal unten mit verlinkten und ja, viel erwartet haben wir am Anfang nicht von dem Match und dann, so, haben wir überraschend, also ich war dann irgendwann schon tot und er sofort hat dann mit DJ Jonas das Ding zum Schluss noch gewonnen, nun schauen wir uns doch einfach mal dieses Match an, das habe ich ihm auch versprochen und ja, dann lassen wir das Ding doch einfach mal jetzt laufen, haut rein, hab viel Spaß, so, guck mal, alle machen hier den Depp bei mir und dann muss ich heulen, das bin ja nicht da, ich muss heulen und alle mir den Deppen vor mir machen, muss ich heulen, dann sofort macht hier die Zahnseide, naja, so, alles springen sie jetzt raus, so, Retail, gucken wir uns mal dieses Match an zusammen, naja, wir machen immer mal auch Runden mit Auffüllen, jetzt werden wieder ein paar Videos hier folgen, ich, mir geht es ja, wie ihr hört, jetzt auch schon heute das erste Mal ein bisschen besser, das sind jetzt fast vier Wochen, ich war es fast vier Wochen krank gewesen und meine Stimme ist das erste Mal einigermaßen wieder da, Leute, ehrlich, das ist geil, da freue ich mich auch schon drauf und jetzt hoffe ich doch einfach mal, dass, dass ich jetzt endlich mal komplett fit werde und dann gibt es auch wieder richtig geile Videos, da geht es auch wieder richtig zusammengekehrt bei uns. Ja, der war schnell down und gleich gefinigt, um die Waffe zu bekommen. Also inzwischen sind wir, ist ja sofort auch endlich mal davon weggekommen, von diesem Ehrenmann, also wir finishen inzwischen auch, weil es ist, alle anderen machen es, alle anderen machen es ohne Scheiß, du wirst so schnell gefinigt und ich sage auch immer, warum, warum halten wir uns da an sowas, äh, als andere auch machen. Bam! Damit ist der jetzt auch schon nochmal weg vom Fenster. Damit sind wir schon bei zwei Kills. Der hat nicht viel gecheckt. Da komme ich dann auch mal mit hinzu. War noch von der Seite mit geschossen. Der hat ja wirklich nicht viel gecheckt hier, der Kollege. Ja, hört man auch schon wieder Dynamit, aber das hat er nicht ordentlich geworfen. Daum bin ich nicht. Ah, und das müsste... War das ja... Ne, das war ja auch schon bei Jonas, oder? Doch, nein, aber... So, da ist er. Da steht er drin. So, da ist er. Da steht er drin. Hier Retail gecreate. Kann mich auch gar nicht mehr so richtig an das Match erinnern, wie das... Ich weiß noch ungefähr, wie das Ende war. Aber wie es zwischendrin alles gelaufen ist, das kann ich euch jetzt aktuell gar nicht so genau sagen. Muss ich ehrlich zugehen. So, da ist er sofort dann zu den Häusern gegangen. Ist auch immer eine ganz gute Anlaufstelle da hinten. Gibt es meistens auch noch was zu Nuten. Die beiden sind DJ Jonas und ich. Ich kann ja mal reinspringen. 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 Reinspringen in die... Hä? Ich kann nicht in die Ansicht wissen. Irritiert. Naja, gut. Lassen wir es einfach weiterlaufen. So. Da kommt der... Das hat Bandages. So. Da fliegt jemand. Der wird auch gleich attackiert. Da ist der schon mal down. Was ist denn das für ein Graf? Ja, da war dann auch der sofort down. Das wird erstmal geholfen von DJ Jonas. Also wirklich super Team-Mate hier. Da war ich schon tot. Kann ich euch gar nicht genau sagen. Ne, da bin ich noch. Achso, ich habe gedeckt. Richtig. Dass er hochheilen konnte, habe ich dann noch gedeckt. Weil da welche kamen. Hab die ein bisschen beschäftigt. Richtig, so ist es gelaufen. Die schmeißen jetzt hier mit rein. So. Dann wird es der schon mal wieder anziehen. So. Das ist ja schon mal gut gelaufen. Hat jetzt natürlich nicht mehr viele Läden. Kann sich aber ein bisschen hochheilen hier wieder. Da hinten ist auch noch ein Lagerfeuer. Da ist noch ein Jump Pad. Ist dann natürlich auch gesehen hier. So. Da war sie noch die Burst in Grau. Jetzt gibt es die wohl nicht mehr. Und jetzt nur rausgenommen. So. Dann halte er sich ein Stück weit hoch. Halte ich immer noch das Pferd. Geiler Grafik Bug. So. Da sind wir dann auch schon erstmal hier mit den nächsten Teams soweit durch. Jetzt fallen wir uns nochmal mit dem Lagerfeuer komplett hoch. Na sofort macht wieder ein paar Paxen hier mit Editierübungen. 999 Scholz. Und weiter geht's. Er wollte jetzt direkt in die Zone fahren. In die Zone fliegen. Ich habe gesagt ich bleibe bei DJ Jonas. Deswegen gebe ich dir mal ein bisschen Rückendeckung hier. Jetzt habe ich diese. Jetzt kann ich mal hier kurz gucken. Aber nicht. Ich bagge wahrscheinlich wieder rum oder? Ich bagge wieder rum. Wie sieht das eigentlich bei ihm aus? Er packt auch rum. Da ist ein bisschen doof, dass man bei der Ansicht hier wirklich. Wie viele Leute waren noch da? 16 Leute. Er hat auch einen Kill gemacht zwischendrin. Ich gehe jetzt mal wieder hier zurück mit den Herren sofort. Weil ich glaube bei ihm geht jetzt gleich die Action los. Man sieht hier auch da sind dann gleich 3 Kills in Folge. Ja. Der Jonas hat den ersten Angriff gemacht. Er war jetzt erstmal down. Und jetzt kommt auch schon hier so und jetzt ist natürlich alles ein bisschen fresher. Ja und da war ich dann tot. Wir müssen mal ganz kurz schauen was da bei mir passiert war. Oder? ich habe dann tot. Ja da kam. Der kam von hinten hoch. Jetzt hatte ich dann ein bisschen Probleme mit dem jungen Mann. Ja das ist mein Bauern hat dann auch wieder nicht so funktioniert wie ich mir das gedacht habe. Dann hatte ich auch glaube ich kein Material mehr. Und das war dann mein Problem. Jetzt musste ich mich hier hinter verstecken. Ich habe ihm dann nochmal einen Hintritt gegeben. Aber ohne mal wieder keine Chance. Deswegen ich farme jetzt aufgemacht. Er hat natürlich auch gleich gefinigt. Ihr seht es. Es wird hier gleich gefinigt. Und deswegen machen wir das inzwischen auch so. So gehen wir hier hin wieder zurück. Das war ein schöner Hit. So das Leben noch was wechseln. Leute. Oh. DJ Jonas wurde getroffen. Äh DJ Jonas. DJ Jonas. Doch. Jetzt mal hier nochmal gucken. Was war ihm denn passiert? Ja das ist das klassische Beispiel. Das kennt mich auch. Ich komme von hinten und ich bin der erste der tot ist. Aber muss man natürlich dazu sagen. Er hat sich natürlich auch nicht gedeckt. Das war dann das Problem. Und dann konnten die gleich richtig pressure machen. So. Jetzt wird erstmal DJ Jonas hochgeholfen. Er ist rumgezappelt. Das hängt damit zusammen. Und dann können das Herr sofort einfach gerne. Dass er nochmal sicher geht, dass er nicht so leicht einen Headshot bekommen kann. Und dann hat DJ Jonas keine Heilung gehabt. Und dann geht's. 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 Und jetzt kommt ihr ein weiterer Schiff. So es leben nur noch vier. Und jetzt kommt der Hit von der Seite. das war ein baum gewesen dass die jonas mit so wenig leben die ganze zeit noch hier durch kommt das ist überhaupt ein wunder und der grafik hier gerade da ist schon ein bisschen schade kann es echt nicht sehen was da los ist was er da abbaut und wo er da drin hängt da sieht man es auch nicht da sieht man es nicht schade also die ansicht nach wie vor ein bisschen verpackt nein das ist kein hack das ist einfach nur irgendein bug in der replay funktion man sieht ja die boxen der gegner die hängen ja auch in der luft gerade wir sind hier bei the block ich vermute dass das das problem ist dass man es deswegen nicht sehen kann weil der block ja variabel ist ich vermute dass das der grund ist also da müsste wahrscheinlich dann epic games wirklich ein bisschen aufpassen dass es da irgendein jose lecker ist so das ist jetzt echt ärgerlich weil das endmatch jetzt hier war tatsächlich bei the block man kann es leider nicht sehen das ist das ist jetzt echt scheiße das ist echt blöd das sieht ein bisschen strange aus oder man kann irgendwas machen ich weiß es jetzt gar nicht der hängt in der luft der hängt in der luft alle hängen sie in der luft jeder hängt in der luft scheiße das ist echt blöd also dann müssen wir wirklich mal also dann müssen wir wirklich mal mal kommen wir äh epic games vom offrester machen dass die hier bei the block echt ein problem mit der replay funktionen wurden das ist mir aufgefallen aber auch bis jetzt haben wir auch bis jetzt noch nicht die jonas ist auch gerade down und zu das mal gefinisht das war's ja sorry leute tut mir ein bisschen leid dass hier bei the block das ist so verwacktes am ende die wiederholungs funktion und da guckt sich der herr sofort und guckt dann nach einem paket nach seinem geschenk oft ja wenn euch das video gefallen hat dann das doch mal einen daumen nach oben da schreibt was in die kommentare aboniert den kanal und schalt es in mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Fortnite Action mit dem Helm sofort. Und mit mir. Und mit irgendjemand anderem vielleicht. Ich hoffe, sorry DJ Jonas, dass es am Ende hier irgendwie ein bisschen verbuggt war. Aber trotz kann ich leider nichts dafür. Das ist hier Technik von Epic Games. Ja, war auf jeden Fall eine super schöne Runde mit ihm. Hat Spaß gemacht. Ich war ja dann irgendwo plötzlich out of order. Relativ schnell. Außer Gefecht gesetzt. Und können wir mal ganz kurz noch mal gucken, den Kill, den er gemacht hatte. DJ Jonas. Ist die Frage, was war der Kill? Ich glaube, der war ziemlich hier am Anfang gewesen, der Kill. Da steht nämlich noch 0 Kills und da steht dann, glaube ich, jetzt 1 Kill. Oder? Oh. Das ist ja sofort. Und das ist jetzt... Ja genau, das ist der eine Kill da gewesen. Gucken wir uns das mal an. Müssen wir mal gucken, wie viel hat er bis zum Ende gehabt? DJ Jonas. 1 Kill. Okay. Schauen wir uns den 1 Kill von DJ Jonas noch an. Jetzt bin ich wieder aufhören. Sofort. Ich habe auch 2 Kill gemacht. Müssen wir uns auch mal anschauen. Ehrlich? Ich bin total überrascht. Ich habe mal 2 Kill gemacht. So. Gut. Gucken wir mal hier rein. Wenn es lädt. Noch ein Stückchen weiter zurück. So. Was ist jetzt? Ist das Spiel abgestürzt oder was? Ernsthaft? Tatsächlich? Tatsächlich? Das Spiel abgestürzt? Das haben wir ja auch noch nicht gehabt, ey. Was ist denn da los? Ähm... Ja... Was ist denn da passiert, ey? Na gut, also ähm... Sorry. Komm. Komm, wir warten jetzt noch. Also das... Das ziehen wir jetzt noch durch. Wir warten jetzt noch, bis das Spiel wieder gestartet ist. Und dann gucken wir uns mal noch die Killstar schnell an von DJ Jonas und von mir. Die möchte ich nämlich auch gern noch sehen. Also bei der ganzen Action, die der sofort da abliefert, haben wir beide uns das auch mal verdient, dass wir unsere zusammen 3 Kills wenigstens auch noch mitzeigen, oder? Also so sehe ich das mal. Ähm... Ja... Wir müssen einen Moment warten. Kommt gleich wieder. Ich sehe, da wird jetzt auch schon wieder geladen. So, und dann sind wir auch schon im Battle Royale-Modus. Ja, ihr könnt ja auch das Stückchen vorspulen, oder ihr könnt auch jetzt einfach dann... Also aufhören, oder wie auch immer, wenn ihr sagt, äh... Ne, ne, ich mir jetzt nicht mehr geben hier. Mich interessiert nur, was der sofort macht. Auch sein... Ich suche gerade hier. Nach dem... Nach dem Aufnahme... Da ist er. Okay. Okay. Jetzt gehen wir mal ganz kurz hier rein. In... In... Laster... Replace... Decline... Ah, ein Versuch machen wir jetzt noch. Und dann... Confirm... So, alles klar. Ich gehe mal in den Kill rein von DJ Jonas und in meine zwei, so... Also DJ... Ah! Also DJ Jonas. So, DJ Jonas. So, DJ Jonas. So, DJ Jonas. Wo sind denn? Ich gehe mal hier ein Stückchen weiter vor. Irgendwo hier war ja diese Kill. Da ist er doch. So. Ja, hat er doch keinen Kill gehabt. Das ist eine Fehlanzeige. Doch, hat er doch einen Kill hier. Der Kill war doch irgendwann hier gewesen. Genau. Jetzt gucken wir uns das da ein Stückchen mal an. Und da hat er irgendwo den Kill gemacht. Also, hat er den mit runter geholt, oder was? ich glaube das ich hatte scheinbar ja in dem match zwei kindes gehabt sehr ungewöhnlich wurde mein erster kill das war ja schon eben so kommen wir mal da da habe ich den letzten hit drauf gegeben okay dann hat ich noch einen zweiten kill der war dann auch schon direkt hier irgendwo okay gucken wir mal hier weiter da habe ich den von der seite den hit damit genau ja das waren dann meine zwei kindes hier aus diesem match ja leute wenn euch das video gefallen hat dann wünscht mir natürlich über einen daumen nach oben und schreibt was in die kommentare abonniert den kanal und schalte zunächst mal wieder an wenn es wieder heißt fort mal in action mit sofort mit mir unten mit eventuell anderen leuten also haut rein macht's gut bis dann und tschüss